Heyo Leute! Herzlich Willkommen zu einem Außer-der-Reihe-Video zu Modern Warfare Multiplayer. Ich habe neulich ein paar Runden mit meinem Bruder online gezockt. Ihr erkennt den an den Namen Capt und irgendeine Zahl hinten dran. So viele Capts gibt es ja nicht. Und wir haben mal versucht, wie das denn eigentlich ist mit aufnehmen und Party-Voice-Chat mit aufnehmen und so weiter und so fort. Das, was ihr jetzt seht, ist das Ergebnis. Und ich will euch nicht belügen, wir haben ein paar Runden gespielt, wo ich richtig richtig beschissen war. Die jetzt ist zumindest vorzeigbar. Wir haben zum Ende noch ein schönes kurzes Battle um den letzten Kill geliefert. Und ja, ich würde sagen, ich drücke einfach mal auf Play. Wundert euch nicht, dass der Ton ziemlich dumpf ist, wenn ich rede. Ich hatte natürlich nicht mein Stand-Mikro dran, sondern mein Headset und da ist das Mikro halt einfach nicht so ausgefeilt. Ohne weitere Verzögerungen. Viel Spaß mit dem Video! Vielleicht sollte ich mal ein anderes Scope benutzen, aber ich mag das eigentlich. Na dann reden wir in die Olga. Los Leute, macht mich stolz! Waffen bereit machen. So, rein spaziert. Kommt da keiner? Kommt doch immer einer. Heute nicht. Triple Kill. Sehr gut. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Junge, was geht denn ab? Ja, und dann werde ich von meinem eigenen Typ mal schossen sehen. Noch einer. Noch einer. Ey. Irgendwie. Ja, okay. Erstmal acht Kill gemacht. Kann man schon mal annehmen, oder? Huch. Der escalated quickly. Oh. Also manchmal muss ich ja ganz ehrlich sagen, es ist Auto-Aiming so zum Kotzen. Du zielst auf einen und dann läuft ein anderer durchs Bild. Deine Kamera verzieht nach Timbuktu und... Wo war der denn? Ich hab keine Ahnung, wo man da hingeht. Alter. Einschlag. Kein Erfolg. Danke dafür. Also ich will ja nicht sagen, dass die P90 gut ist, aber ich würde mal behaupten, die P90 ist gut. Ich bin gespawnt worden und direkt erschossen worden, weil einer genau die Richtung geballert hat. Hoch. Da ist nochmal eine Clamer rein. Da ist ja gar keiner mehr. Ne, irgendwie trauen sie sich nicht mehr. Oh doch. Jetzt. Jetzt werden sie wieder aggressiv. Hm. Vielleicht spiel ich mal ein bisschen mit der Diebel. Hehehe. Tschüss. Tschüss. Wo sind hier die Gegner? Vielleicht sind ein paar gelieft, sonst sind nicht mehr so viele in der Lobby. Das sind mindestens genauso viele wie wir. Okay. Ich hab gerade nicht nachgeguckt. Das war nur das blaue Geraden. Aber ich hab irgendwie bis jetzt keinen einzigen gesehen. Ich hab immer der Diegel gerade durch einen durchgeschossen, der mich dann gemessert hat. auch nicht schlecht. Mhm. Gerade viel schönes. Unter dem Haus, wo du gerade bist, kaum ein Kartenpaar über die Mauer gesprungen. Ach, das bist du gar nicht. Doch, das bist du. Tschüss. Hinter dir. Geh hinter dir. Uuh. Uuh. Alter, was macht der denn da? Den schauen wir gar nicht gut. Hehehe. Oh, schade. Das hätte ich gern noch mitgenommen. Ich schick mal eine Granate da hoch in den Gang. Geh. Wie tun wir das? Juhu. Warte. Ich hab ihn nicht getroffen, ich hab durch ihn durchgeschossen. So muss das. Mhm. Tschüss. ich sollte aufhören mit dem text zu spielen ich bin mit der scheiße ok die granate kam auch von irgendwo kommen letzter kill ich 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 und hab dich noch überholt aber du hast eine bessere karte das ist so eine runde die man klippen kann den ganzen scheiß davor einfach löschen aber das lade ich hoch ich bin voll gut sieht mich an ich bin der beste so ist jede runde die spiel sieht so aus